Nummer 5 Dieser innovative elektrische Hochleistungssterilisator funktioniert wie ein Mikrowellensterilisator in nur 5 Minuten, mit einem Sicherheitsmechanismus, der die Sterilisation unterbricht, wenn der Deckel mitten im Prozess geöffnet wird, und einem über USB-Anschluss wiederaufladbaren Akku, der 3 bis 5 Anwendungen ermöglicht. Er ist zwar nicht zusammenklappbar, aber kompakt und klein, so dass Sie ihn trotzdem überall hin mitnehmen können. Er funktioniert ohne Wasser und ist leicht einzuschalten, da er über einen Knopf auf dem Deckel verfügt, der den Prozess startet, und über einen Mikrocomputer, der die Zeit überwacht und ihn automatisch ausschaltet, wenn er fertig ist. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4 Der Avalona Sterilisator ist aus medizinischem Silikon hergestellt, das frei von Chemikalien und Hypoallergen ist. Zu seinen weiteren Vorteilen gehört, dass er für den Transport oder die Lagerung zusammengeklappt werden kann, ohne viel Platz zu beanspruchen. Er wird mit einem Deckel geliefert, der an der Seite einen Ring zum Aufhängen des Produkts hat. Er ist für die Verwendung mit Sterilisationstabletten geeignet und passt perfekt für größere Menstruationstassen. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Der Rysches Sterilisator ist billiger als viele andere auf dem Markt, außerdem ist er einfach zu bedienen und flexibel zusammenklappbar, sodass er überall hin mitgenommen werden kann. Er besteht aus 100% chemikalienfreiem medizinischem Silikon. In gutem Zustand hat es eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren, sodass Sie es so oft wie nötig wiederverwenden können. Er passt für Menstruationstassen unterschiedlicher Größe und ist in zwei Farben erhältlich, sodass Sie wählen können, welche Sie bevorzugen, rosa und blau. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 2 Dieser Sterilisator ist nicht nur funktionell und schnell, er reinigt Ihren Becher in 5 Minuten und kann zusammengeklappt überall hin mitgenommen werden, sondern auch umweltfreundlich. Er ist aus medizinischem Silikon gefertigt und wird mit einem eigenen Deckel geliefert, in dem Sie Ihren Becher aufbewahren können. Das Material sieht zwar zerbrechlich aus, ist aber in Wirklichkeit sehr robust und für Hochleistungsmikrowellen geeignet. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Die Marke Socap ist dafür bekannt, dass sie Produkte herstellt, die einfach zu benutzen und für den Kunden bequem sind. Ihr Sterilisator ist da keine Ausnahme, denn man füllt ihn einfach mit kochendem Wasser und lässt ihn etwa 2 Minuten lang stehen, bis er seine Arbeit getan hat. Er hat einen klappbaren Deckel, sodass Sie ihn in Ihrer Tasche oder Handtasche mitnehmen können, ohne dass er zu viel Platz wegnimmt. Er besteht aus medizinischem Silikon, ist temperaturbeständig und passt auf verschiedene Kapgrößen. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden.